Ich hätte mir da von meiner Frau einfach auch schon ein bisschen mehr Fingerspitzen gefühlt. Hätte ich mir auch schon... Nein, ich hab auch Gefühle. Nein, ich bin ja auch ein Mensch. Weil sie hat zu mir gesagt, seit wir jetzt verheiratet sind, wärst du eigentlich jedes Jahr Väter. Sie hat gesagt, du hast jetzt ja auch schon den Schneewittchen-Komplex. Sag ich, was hab ich? Ja, du hast jetzt den Schneewittchen-Komplex. Sag ich, was ist denn der Schneewittchen-Komplex? Schau dich doch mal an, wenn du da so dort liegst auf deiner Couch und schaust an dir herab von oben nach unten zu deinen Füßen. Dann kannst du auch sagen, dort hinter dem Berg, da wohnt ein Zwerg. Das ist nicht lustig jetzt.